Vielleicht ist er ja Epileptiker, dann bringen wir ihn einfach nochmal um. Tot, er ist tot, er ist tot. Ich hab kein, kein Dings. Ich hab kein Thermometer. Irgendwann schlecht, Tim. Ja, ich hab jetzt EMF mit. Ist das Haus mit den gruseligen Schwarz-Weiß-Bildern? Du bist ein gruseliges Schwarz-Weiß-Bild. Deine Oma. Nee. Heftig. Oha, gleich auf die Oma. Ja, richtig. Ist schon fast zu, zu weit. Okay, sorry, sorry. So, die Motto würde ich schon verstehen, aber was für die Oma jetzt tot wäre, ne? Ich glaub, wir jagen gerade mal das Oma. Oh. Oma, bist du? Oh, wie kannst du mich hören? Ich glaub, wenn du sagst, dass du Hunger hast, kommt sie raus. Es ist oben der Flur-Body. Flurus? Jeho. Könnt ihr mal, ihr müsst weggehen. Ach, du hast auch so eine Box dabei. Book. Den hau ich auch dahin. Okay, lass wieder reingehen und neues Zeug holen. Ja, aus Gründen hat Carmen das Spiel Boy's Erkennung steht auf Englisch. Ich flirte mit dem Geist jetzt. Geh doch weg! Ach so, Carmen hat das jetzt eigentlich irgendwas ergeben? Hat der Geist zurück geflirtet, oder? Nee, der wollte nicht mit mir surfen, der war gemein. Äh, Margaret Clark war der Name. Wie war der? Margaret Clark. 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 Du warst schon direkt da, als würdest du die Kunden auf den Namen, ne? Ist mir so egal, ich spanne den so durch. Yo, also wir haben Orbs. Okay, Orbs haben wir. Yeho, wir haben Orbs. Halt schon mal, es kann kein Revenant sein, das ist gut. Nee, Phantom, mehr, oder Jurei, Jurei, kackdings. Soll ich euch mal, soll ich euch mal einen Pro-Tip geben? Ja bitte, gib uns einen Pro-Tip. Wenn ich hier, will ich auch Aktivitegruppen nehmen. Wenn das von 0 auf 4, direkt ohne irgendwelche Zwischenstufe, geht es meistens EM5. 19% ist EM5. Ja, bringt mal irgendwer eine Dings rein, eine UV-Taschenlampe. Oder liegt hier eine? Sorry, hab schon zwei Bewegungsmelder mitgenommen. Ja, ich auch. Alter. Ups. Hä, wie platziert man die nochmal? Hä, mit F glaube ich. Oh, Alter, okay. Ja, jetzt wird ja alles ausgemappt. Intelligent, folg dir. Hast du nur... Ja, du hast einen, okay. Ähm. Ja. Äh, so kann man das Buch dann auch... Achso, wir haben aber auch Gefriert-Temperaturen fällt mir grad auf. Hab ich gesagt, hab ich... hab ich gesagt einfach. Äh, give us a sign. Würde ich jetzt auch sagen. Naja, das ergibt auf jeden Fall Sinn, so ohne Kontext. Ja. Nein, ich wollte nur grad rechtfertigen, dass Carmen jetzt behauptet, dass sie gefrierte Temperaturen schon gesagt hätte, obwohl ich das gerade auf jeden Fall entdeckt hab. Da stimmt's mir zu, oder? Halt im Maul! Halt im Maul! Ey, was soll das jetzt? Ja, einfach nur, weil... Ja, einfach nur, weil... Es freizt. Achso. Okay. Na dann. Einfach nur, weil... Ja, gut. Ähm. Guck mal hier, es ist auf 4 ausgeschlagen. Eher wäre 5, würde ich sagen. Pro-Tip gespeichert. Oh, wir haben Salz als zweite Shit. Lass mal Salz ausschmeißen. Der scheiß Geist ist noch durch keinen Bewegungssensor gelaufen. Hä, hat das nicht ab und zu mal gepiept? Achso, das war wegen Arne, oder? Nein, das waren immer nur wir, aber sonst wäre das hier abgehakt. Alter, ist das dein Ernst? Hast du dafür jetzt einen Autoklicker geholt, Arne? Ja. Alter. Ja, nice. So ein schönes Geräusch. Ja, einfach schneller. What the fuck. Alter, wollt ihr aufhören? Das hört sich an, als ob ich neben einem Pottwall stehe, Alter. Ja, was fehlt denn uns jetzt überhaupt noch? Was müssen wir noch rausfinden? Wollte ich gerade auch nicht mehr. Ich guck mal. Es könnte Phantom, Mare oder Yurei sein. Ich glaube Phantom wären Fingerabdrücke zum Beispiel. Mare braucht noch Geisterbox und Phantom braucht noch EMF Level 5. Alter, wenn einer von euch nochmal durch so einen Scheiß-Motion-Sensor durchrennt, dann flippe ich ja gleich aus und wagen tiefst das die ganze Zeit. Warte kurz hier bitte. Das sind die Weißen, oder? Äh, ne ne ne, die Weißen sind die Sound, die blauen an der Wand sind. Ach so. Wir haben Geisterorps, ne? Echt? Oh, danke. Ja, wir haben übrigens auch Gefriertemperaturen, falls es mal niemandem aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, wir haben auch Geisterorps. Außerdem ist mir aufgefallen, dass wir viele inkompetente, dumme Leute hier haben. Ich würde sagen, das sind Gefriertemperaturen. Ich weiß nicht, wenn ich Fingerabdrinz bin. Ah, der hat da was umgeschmissen, hier oben. Der hat gerade eine Dose oben geworfen. Hier oben am Dachboden. Ist der vielleicht eher oben? Keine Ahnung, sind da noch Gefriertemperaturen? Aber hier sind die Gefriertemperaturen. Aha, weil der hat hier gerade diese grüne Dose runtergeworfen. Also außer, die hat gebackt, aber... Lass vielleicht mal Geisterbuch auch ein, hier oben. Ja. Aha. Da hat's geflackert. Hört und sieht sich nicht... Sieht nicht ganz so gesund aus. Ganz ruhig... Ihr müsst nicht so hart flexen mit euren Autoklickern. The fuck? Die heiligen... Die heiligen Tripods. Okay. Malte wird gerade gehuntet. Ah, so ein Lappen. Malte wirst du ge... Oh. Schalten schnell. Ja, schnell verfolgt ihn. Wir müssen ihn angucken. Da ist er. Also die einfach rausgucken. Hä? Welche Kamera sind wir jetzt? Nein, falsche Kamera. Wir waren schon bei der Richtigen, der immer noch nie in die... in die... in die... in die... in die... in die... in den Malten guckt. Ach so. Nein, zu weit. Das ist Truck, Truck. Ist er tot? Er... er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Malte, falls du mich grad hörst als Geist. Du Lappen. Du Lappen, Meiler. Kann er noch durch die... äh... durch die Dings hören? Ja, er kann durch Funk kann er uns auch noch hören. Er hat nicht mal ein Foto gemacht. Okay, schön. Hast du auch ne Kamera? Ja, Malte ist allein im Haus gestorben. Ja. Andere Sicht, du hörst die anderen zu machen. Wie funktioniert das überhaupt? Du bist... halt wirklich noch einen Meter von der Decke entfernt. Weiß ich nicht. Du musst einfach nur, wenn du so ein... wenn du so ein Tripod in der Hand hast... einfach noch... straight nach oben gucken und fallen lassen. Und geh. Musi. Ah ja. Ich steck einfach oben da an der Decke fest. Ich werde eigentlich die ganzen Pillen gefressen. Wir hatten vier Pillen. Wer hat hier die Pill-Addiction? Und eine liegt nach oben. Einer hat Malte mitgenommen gehabt und ist den verreckt. Ich glaub der Malte ist an Pillen... äh... Overdose verreckt. Nicht an dem Geist. Der Schlinger. Falls du mich hören kannst Malte, hast du die Pillen gegessen? Wenn ja, dann werf ne Dose. Wir haben Geisterbuche. Ah. Okay. Willst du noch nie holen? Wtf vibriert da oben so? Ja, aber wie soll er dann so aufgefressen? Radio? Haha. Ich muss schnell ein Foto von dem Hasen machen. So ein Penner. Willst du mich einfach reinsperren? Da ist noch der Malte drin. Was machst du da, Carmen? Du gießt ab? Hast du zu viel an der Dose geschnüffelt, oder was? Halt, zieh dir mal rein, ey. Das ist richtig geil. Was ist denn das überhaupt, Alter? Können wir jetzt losfahren, oder? Das ist so Fugen-Dings, weißt du? Oh. Warte. Gleich können wir losfahren, Arne. Ah. Oh, das ist schon geil, was die hat. Ah, Alter. Du riechst schon gerne. Du riechst schon gerne an Kork, oder? An Dosen, Arne, okay. An Kork. Zieh auch mal, Arne. Ja, zieh auch mal. Malte, hast du auch schon gezogen? Der hat es hier schon gezogen, ne? Geil, Arne, oder? Also danach fühle ich mich so gelenkig, guck mal. Ah, das tut so gut im Rücken, Alter. So angenehm. Ja, Mann. Arne, ich glaube, du hast langsam ein bisschen zu viel gezogen. Gib auch noch mal her. Wo, wo ist es da? Ey! Arne, wo ist es? Der Geist hat's ge- Der, der, der Geist hat's ge- Malte! Du kleiner Drogen-Junkie, Alter. Ah, da ist es! Ah, ja! Ich will doch ziehen! Nein, da! Wo ist es? Ah! Da dimarts! Ah, sicher! Wo kommen sie gut draufrad? Na二 Pu Steқl 아니고 Fr Senditsyay ¡G嘉land! Ja, es ist mit ihr obenürt plano! Oh, nein! proudly là Challfire?